Ein Thema. Zwei Meinungen. Agora. Aus dem Westen, er aus dem Osten. Sie Dokumentarfirmerin, er in der damaligen DDR, Professor für Film und Fernsehen. Sie ein Kind der Anti-Atom-Bewegung. Er trat einst mit Anfang 20 in die SED ein. Sie bei den Grünen und seit 2004 im Europäischen Parlament. Er Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und gerade ins EP gewählt. Beide neu an der Spitze ihrer Fraktion. Der Mauerfall war fällig. Das Problem der Mauer bestand von Anfang an darin, dass man keine Tür eingebaut hatte. Und das war gar nicht aufrechtzuerhalten. Und wie ihr gefallen ist, ist ein bisschen blamabel. Dadurch wurde ja auch der Sozialismus abgewählt. Er ist abgewählt worden. Das ist eine Tatsache, die man zur Kenntnis nehmen muss. Und ich habe da keinen Grund zu klagen, denn er ist implodiert. Und die Bewegung ist eindeutig so gewesen, dass viele ja selbst in meiner Herkunftspartei damals gesagt haben, so geht das nicht weiter. Bei der Vereinigung selbst sind Fehler passiert. Also das habe ich immer so benannt, auch eindeutige Fehler. Ich glaube, dass man das hätte besser machen können. Aber es heißt nicht, dass die deutsche Einheit falsch ist. Sondern ich glaube, sie hat viele Vorteile gebracht. Und wir haben insgesamt, auch als Linke, auch ich als einer, der ziemlich weit sich links fühlt, habe durch den Mauerfall neue Entwicklungsmöglichkeiten gehabt. Naja, ich bin natürlich ganz von der anderen Seite damit konfrontiert gewesen. Bin allerdings, weil ich Kind des Zonenrandgebietes bin. Also immer in der Nähe der Grenze, der Zonengrenze, so hieß das bei uns noch, aufgewachsen bin und gelebt habe. Ich habe das als erstes Mal auch als sogar Zugewinn von Freiheit empfunden. Meine Heimat wurde plötzlich nach Osten groß und weit. Aber was mich heute in Deutschland so bestürzt und gerade auch jetzt im Wahlkampf bedrückt, ist, dass 20 Jahre nach dem Fall der Mauer ich sehr oft damit konfrontiert bin, dass es eine fürchterlich gefälschte Rücksicht, Rückschau auf die alte DDR gibt. Und dass ein Gefühl gepflegt wird, dass damals das Land ein besseres war. Und da finde ich eben die Realität auch in der Auseinandersetzung mit ihrer Partei nicht unbedingt immer an der Spitze, aber in der Breite, ist die, dass nicht genügend geworben wird für die Vorteile und die echten Fortschritte eines offenen, freien, demokratischen Systems. Ich glaube, da sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander. Wir sehen die Geschichte wahrscheinlich aufgrund der unterschiedlichen Erfahrungen, der kulturellen Herkunft auch vielleicht ein bisschen anders. Aber ich bin kein Nostalgiker. Ich werde es auch nicht werden. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, wir haben in Deutschland ein Problem, das ich bedauere. Es ist eine Art Schwarz-Weiß-Malerei in der Geschichte. Das war in der DDR so. Ich entdecke es neu. Eine Art Kampfkeule für die Interpretation der Geschichte. Und da ist es falsch, die Schwarz-Weiß-Malerei. Es gab in der DDR Sachen, wo ich sage, das war okay. Das habe ich zum Beispiel auch nutzen können. Bildung. Es gab in der DDR... Aber nicht für alle. Also was wir heute fordern, es gab auch Leute, die waren ausgeschlossen. Ja, aus politischen Gründen. Und das ist Unsinn. Nur, Frau Harms, ich habe keinen Studenten aus politischen Gründen exmatikuliert. Auch keinen Filmverboten. Das war auch DDR. Sie haben auch einen ganz besonderen Ruf, Herr Biski. Ich kenne Ihre Filmstudenten zum Teil. Ich bin ein Linker und für mich erbuchst das aus der Konsequenz des linken Denkens, aus dem sozialistischen Denken sowieso, dass man sowas nicht macht. Aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Also ich meine, wenn man jetzt ganz differenziert damit umgeht, dann gibt es Leute, die in der DDR gut ausgebildet wurden. Und es gab Leute, die wurden aus politischen Gründen von anderen aus einer Bildungseinrichtung entfernt. Ein schwerer politischer Fehler, der den Ruf des Sozialismus ruiniert hat. Das sehe ich auch so. Aber es gab in der DDR auch Dinge, wo die Leute sich anders erinnern. Und das muss ich auch akzeptieren. Wir sind nicht die Partei der Nostalgiker. Es wird uns medial immer zugeschrieben. Also um es nochmal hier auf die europäische Ebene auch zurückzuholen. Ich denke, dass es für die Linke, also für linke Politik, und ich nehme für mich in Anspruch, als Grüne linke Politik zu machen, dass es sehr wichtig ist, die Ideen auch immer daran zu messen, wie viel man davon in absehbarer Zeit verwirklichen kann. Also diese linken Ziele auch realitätstauglich zu machen. Und also hier in Brüssel habe ich immer wieder damit zu tun, dass linke Politik zum Beispiel auf alle weitgehenden Forderungen ein Schippchen draufwirft. Und bei den Instrumenten dann nicht mitzieht. In der Klimapolitik ist es zum Beispiel so. Also die klimapolitischen Ziele, die liegen jenseits von allem. Und wenn wir dann aber über die Instrumente reden, den Emissionshandel, dann sind sie nicht dabei. In der Theorie bei Menschenrechten, die Linke ganz vorne weg. In der Praxis klammert die Linke hier im Europäischen Parlament immer wieder gerne bestimmte Räume der Welt in diesen Menschenrechtsfragen aus. In der Theorie wahnsinnig weit. Und in der Praxis ist es dann doch sehr oft irgendwie entsprechend der alten Ideologie. Nein, das glaube ich nicht. Also die alte Ideologie gibt es nicht. Außerdem gibt es keine Sowjetunion mehr. Jetzt geht es um Russland und Putin. Ich glaube schon, dass wir nicht mehr mit diesen ganzen großen Weltreichen, die es mal gegeben hat, identifiziert werden können. Der reale Sozialismus in Europa ist implodiert. Er ist weg. Und ein Nachtrauern pflege ich nicht. Und ich glaube, die Linke in Deutschland macht das auch nicht. Es mag sein, dass es auch unterschiedliche Erinnerungen gibt. Das ist wahr. Und es gibt auch ein Milieu, das Sie vorhin beschrieben haben, das die DDR bewundert. Das ist aber nicht die Partei Die Linke. Sondern da sind ganz andere, da sind viele, haben uns verlassen. 2,3 Millionen Mitglieder hatte die SED, davon sind jetzt noch 4 Prozent in der Linken. 4 Prozent. Also ich glaube, dass gerade linke, emanzipatorische Politik, ganz stark darauf setzen muss, für Demokratie, Freiheit und die Spielregeln, die dazu gehören, zu werben. Und überhaupt nicht damit spielen darf, dass möglicherweise doch ein anderes System das bessere ist. Und da sehe ich eben die Linke überall in Europa, vielleicht nicht gerade Sie, Herr Biski, aber da sehe ich die Linke, also die Parteien, die sich linke Parteien oder kommunistische Parteien noch nennen, sehe ich da auf einem Schwebebalken, wo nicht so ganz klar ist, wohin die Reise geht. Natürlich ist die Linke sehr plural. Und es gibt sozusagen verschiedene Differenzierungen, Ausdifferenzierungen. Und ich suche, und das ist das, wofür ich mich engagiere, die vier, fünf Gemeinsamkeiten, mit denen man die Linke in Europa vielleicht wieder kenntlich machen kann. Und das ist für mich ganz klar. Also es ist im Außen gegen eine Politik von Militärinterventionen und die ständige Fortsetzung dieser Militärinterventionen und für Abrüstung. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist das sozial gerechte Europa. Und das dritte ist mehr direkte Demokratie. Und die Linken müssen weg von dem Anspruch, alles im Leben theoretisch abzuleiten und begründen zu wollen. Und hin zu einer Politik, in der man vier, fünf wichtige Fragen ins Zentrum stellt und dafür versucht, viele Menschen zu gewinnen und nicht zu verkraulen. Also für mich fängt natürlich mit der Erweiterung der Europäischen Union noch mal ein neues Kapitel auch an für grüne Politik auf diesem Kontinent. Und also grüne Politik kann nur proeuropäisch sein und kann nur darauf zielen, dass die Politiken der Mitgliedstaaten stärker integriert werden. Ich glaube, dass das Ziel, Sicherheit, Frieden und auch Gerechtigkeit auf diesem Kontinent zu verwirklichen, dass das nur im Einklang und im guten Zusammenwirken dieser Staaten geht. Wir wollen über die verkürzten Ansätze der Gerechtigkeitsdebatte, der alten Gerechtigkeitsdebatte hinaus und halten uns eben auch als Grüne für die Kraft, die der eigentliche Motor in dieser Auseinandersetzung ist.